Tja, das ist eine gute Frage, ne? Die meisten Häuser kommen hier nämlich nicht betreten, da vorne sehe ich wieder eins, wo ich rein kann. Oh, hier ist wieder ein Medikit. Ein Vollnitz so, ja. Voll sind die meistens, aber meistens ist es auch immer ziemlich der Müll. Im Moment braucht man ja wirklich nur Bandagen per Endkiller und so. Naja, das ist jetzt die Frage, ne? Was soll ich ausgehen? Ich habe hier, naja, wieso, ich habe hier zwei Bandagenhallen, ne? Oh, ich habe eine richtig schöne Wasserflasche gefunden. Äh, ich habe auch eine, ja. Ja, das eine kann ich liegen lassen, bis auf die Bandagen nimm ich raus. Was ist das andere hier? Not-Back-Kit, da kann man kicken, welche Gruppe ich habe. Spray-Dosen, Desinfektionsmittel ruhig nicht mehr an. Das nur wieder aus Versehen. Das nur wieder aus Versehen. Du hast dich gerade erschrocken, Zombie, oder? Nein, 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 nein. Ich hätte beinahe falsche First-Aid-Kit mitgenommen. Ich habe Seil gefunden, wie kann man das denn verwenden? Ich habe keine Ahnung. Das sind viele Leuchte, keine Ahnung. Oh, das Kaputte lasse ich da. Kann sich der Andere dran erfreuen. Andere. Also, ich. Nee, willst du ja den First-Aid-Kit haben, oder was? Nein, aber wir sind gerade die Einzigen hier. Naja, du wirst ja nicht, wann noch einer hier aufkommt oder so. Die Stärk-Latsch-Rank. Die Stärk-Latsch-Rank. Die Stärk-Latsch-Rank. Die Stärk-Latsch-Rank. Oh, yeah, yippie-yayay. Oh, was für eine Scheiße. Zwischen der Kirche? Äh, Kirche? Warte mal. Hier war die Tür offen. Ja, da ist immer die Tür offen. Achso. Ah, der Regen hat aufgehört. Hier war nämlich der Startgebiet. Hier habe ich gestartet. Du warst schon in der Stadt oder was? Hier bin ich gestartet in der Stadt. Ah. Ich hätte euch gesagt. Oh, was hat man da? Feuerholz. Ich habe die wohl zeitweise nicht zugehört. Weißen das denn? Feuerholz? Kannst du Feuerholz machen? Oh, Feuerholz. Brauchen wir noch nicht. Und was habe ich hier? Ich habe hier 5... Äh, äh, 3.57er Munition. 3.57? Ja. Ist für die Magnum, wenn ich mich nicht höre. Wie? Wir sind einfach Richtung Hafenanlagen gelaufen. Das hat jetzt nicht so wirklich viel. Die Hafenanlagen sehen recht interessant aus. Auf der Karte wird das hier als rot markiert. Also... Was? Militärloot. Jetzt wundern. Hier ist wirklich ein Hafen. Ja, das ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass hier sehr gering ist. So, vielleicht finden wir es. Was sagen? Bist du das? Nee. Ich bin am Hafen. Nee. Ah, MacBugfix. Also wenn es stöhnt, komisch tot aussieht und auf sich zu rennt, dann kann das ich. Oh, ich glaube ich habe schon wieder ein Magazin gefunden. Ja. Und was für Magazin reden wir eigentlich? Irgendwelche, oder? Äh, das war jetzt, äh, das war, äh, das war schon wieder, ähm, 3.57er Round. Also ich wisse nicht, wie ein Militärloot sein sollte. Ich glaube in die Stadt rein. Oder unten soll ein Krankenhaus sein, das ist auch recht im Trend. Da sehe ich ein Krankenhaus. Oh, schon wieder 7.62er Rounds, das müsste für dich sein. 6.2? Ja. 6.2. Also ich habe 5.6, ähm, 4. 6.2 ist glaube ich für diese große Shotgun. 9mm Kugeln. Das ist eine Pistol oder eine P90, falls es die gibt fast nicht glaube. Das könnte, ja, die 1911er. Ne, die 1911er hat 45er. Ja? Hm. Ja. Na gut. Verstaunig, er hat ja nicht bei den Bullen was. Ich auch nicht. In der Polizeistation. Keine Ahnung von dieser Stadt ist auch begrenzt von daher. Na ja. Na, Polizeistation erkennst du immer daran viereckig mit nem runden Dings auf dem Kopf. Ich bin grad am Krankenhaus. Ja. Das ist auch so vielversprechend. Da findest du nämlich auch meistens immer Waffen. Krankenhaus. Nee. Polizei. Ich dachte auch gerade, das wäre ein bisschen komisch. Ja, okay. Ich mein, also in Russland, also die Karte spielt ja an sich in Russland, also der Trauelbruch zu, damit die dort eben halt Waffen haben. Das Krankenhaus ist einfach nur ziemlich leer. Ich bin komplett voll langsam. Ja, die hat mir nicht anders. Hallo Batterie. Ich hab nen grünen Regencode. Ja, dann wirst du nicht nass. Ja, ich brauch ihn nicht, ich hab meinen schwarzen. Was soll? Ja, er dich. Ja, ich hab auch ihn, oder? Keine Ahnung. Ah, hast du eigentlich schon so nen Nähkit, wo du äh Sachen wieder nähen kannst? Reparier? Nein, hab ich noch nicht. Ja gut, ich hab noch ein zweites Plus Dean gefunden, das kannst du haben. Das ist n richtig heiles. Tja, aber die Polizeistation scheint hier wohl im leichter Rheinfall zu sein. Oh, ein Krankenhaus liegt ne Knarre. X2H Shotgun. Äh, wie war das? Ja, ich hab nichts gesagt. Was ist denn das, der was? Badly Damage Orange. Ach so, jetzt sind hier die ganzen Kugeln. Äh, ich hab Disco. Oh. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Ich stehe oben im Krankenhaus, das soll ich sicher sein. Mach ich mal nen Vlog. Das wundere mich aber auch, dass es hier immer noch Disconnect Slacker gibt. Ah, ganz deep hat aber Disconnect bei mir gehabt. Naja, dann war vielleicht der 24 Stunden links. Ne, das hatte ich schon um 4. Das war jetzt aber genau um 5, das ist eigentlich auch zu gut getimed. Um 5? Ja, ich hab aber auch nen Disconnect. Das ist der Server restart. Ja super, äh, dann musst du, nein, dann join mal bei mir rupfen, damit ich dann wieder hier rin komme. Okay Leute, dann mach ich erst mal Feierabend.